Ich lese das Solinger Tageblatt von Dienstag, den 5. November 2019. Es geht wie immer um Nachrichten aus dem Bezirk Hülscheid, die sind hier in der Zeitung ziemlich rar und Nachrichten aus Solingen, die Überschrift des Lokalteils ist grün gedruckt, allein das schon ist eine einzige Unverschämtheit, es ist auch keine schöne Zeitung, muss man dazu sagen. So, erst einen Blick auf den überregionalen Teil. Im Titelbild heißt es Vergiftungsgefahr, Pilze sammeln, hip aber gefährlich und man sieht einen Korb mit Knollenblätterpilzen, die sehr giftig sind, ich weiß nicht warum das vorgemacht wird, dass sowas aus dem Wald getragen wird. Allein das ist schon abartig, ich zeige es gerade mal. So, die Titelstory lautet, Lufthansa Flugleiter wollen 48 Stunden streiken. Des Weiteren heißt es Kaufprämie für Elektroautostein deutlich so. Im Lokalteil mit der unverschämten grünen Überschrift, der ziemlich dürftig ist, heißt es, Innotega-Partnerschaft ist schwierig, warum man auch immer eine Partnerschaft mit Innotega braucht in Nicaragua. Die Städtepartnerschaft mit Innotega-Nicaragua gestaltet sich derzeit schwierig, wegen der instabilen Lage in dem mittelamerikanischen Land sieht die Verwaltungsspitze derzeit von offiziellen Besuchen ab. Ab, dass die Stadt dazugekommen ist, wie das ist, es gibt viele Solinger-Partner-Städte, es gab auch Schuleraustausche nach England und Frankreich regelmäßig stattgefunden haben, nach Polen gab es auch mal eine Reise, ich weiß nicht ob es die Stadt überhaupt noch gibt als Partnerstadt. Kontakt behalten wird unter anderem auf der Verwaltungsebene, wie es bei einem Workshop in Honduras, warum man dann nach Honduras muss, wenn es eine Partnerschaft mit Nicaragua gibt. Das ist die Hauptstadt. Weiß ich jetzt nicht, muss ich auch nicht wissen. Wie gesagt, allein schon der Workshop in Honduras ist ein einziges, ich sage da nichts mehr zu. Politiker beraten über Finanzen der Stadt und Mittelstandbetriebe werden skeptischer. Nichts aus Höchstheit ist dabei, ist es eine einzige Unverschämtheit, was das Blatt sich leistet. So, die Karikatur ist farbig und ziemlich giftig. Man sieht zwei Zirkusschaukelartisten im Strampleranzug, das ist einmal von der SPD ein Olaf Scholz Gesicht und von der Union ein Angela Merkel Gesicht. Und sie halten sich an den Händen und die Beine sind in der Zirkusschaukel festgeklemmt. Und in der Mitte bilden sich schon Spinnenläden. Ich kann das mal gerade zeigen. Schwachstellen der Wirtschaft beim Thema Menschenrechte. Das ist auch eine ziemlich dürftige Seite 2 Story, hat auch nichts mit der Karikatur und der Titelseite zu tun. Die Grundrente wird zur Nagelprobe für Schwarz-Rot. Das ist auch scheiße daneben. Streik ist nicht Lösung. Die ganze Seite 2 ist ein einziger Abfallhaufen. So, hier und heute, Seite 3, so Knollenblätterpilz. Ach, hier hat er gezeigt. Er sieht ja anders aus. Na dann, ist das der Knollenblätterpilz. Der mit den Blünen, weiß ich nicht. Ist auch nicht lecker. Ach, da habe ich mich vertan. Bitte. Ich muss das alles nicht wissen. Ich schreibe hier keinen Artikel drin. So. Fernsehen. ZDF, ProSieben, Kabel, 1, 3 Satz, WDR. Das macht keine ARD dabei. Die ist öfter dabei. Kann man machen auf Seite 6. Rembrandt, der Meister, der die Farben feiert. Aus aller Welt 8, Essen geben ohne Beigeld. Und dann kann man kein Essen für die Farben feiern. Ich habe das ziemlich zu fragwürdig, ob das geht. Ich glaube nicht, dass man es machen darf. Wird hier dann in der Zeitung gefeiert. Ist nicht schön. Handwerk stößt immer härter an Grenzen. Aber um weiter zu wachsen, fehlt es in Flecht und Fachgift. Ich sage Ihnen nichts mehr. So, Solingen. Ich gucke jetzt wirklich nur noch, nachdem ich festgestellt habe, dass es wegen einer Partnerschaft in Nicaragua ein Workshop in Honduras gab. Und zwar hier auf der Titelseite. Und das Bild ist auch eine einzige Unverschämtheit. Das sieht einfach auch nur aus wie... Na ja. Wenn man den lässt, wenn wir so feiern will in der Zeitung. Ich kann das mal gerade zeigen. Man muss auf die Hände achten. Ich weiß nicht, was der Scheiß wieder soll. Wuppertaler Straße. Autofahrer wäre befreit. Autofahrer aus Fahrzeug. Wo man eine Befreiung sein musste, sieht auch kein Schwein an dem Fahrzeug. Da hätte auch einfach mal wieder einer aussteigen können. Ich habe in seinen Wagen gesessen, bis die Feuerwehr kommt. Da ist gar nichts dran an der Gare. Da muss man nicht... Politik will in Schulen und Verkehr investieren. Da braucht nichts auswischen. Hauptbahnhof ist nicht... Hauptbahnhof ist nicht... Wie fällt aus, die Veranstaltung. Ja, da war gar nichts auswischen dabei. Dafür wird irgendeine Lesbenscheiße mit einem Workshop in Honduras für eine Städtepartnerschaft in Nicaragua gefeiert. Die Zeitung ist abartig und scheiße. So, ich schließe damit. Tschüss. Tschüss.